Willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Im letzten Part habe ich hier über eine Dreiviertelstunde gebraucht, um dieses Bandage hier verkackt nochmal zu holen. Und ich hoffe, dass das letzte Bandage, das vor der Warp Zone noch kommt, nicht genauso schlimm wird. Und ach du heilige Kacke. Das war dieses Level. Ich erinnere mich an die Lightbird-Version. Grausam, weil die letzten zwei Bandages kommen ja dann in der Warp Zone. Ich habe mich auch schon gewundert, dass ich die noch nicht gefunden habe, aber das hat alles seine Richtigkeit, denn die kommt erst im letzten Level der Welt. Ja, das habe ich mir jetzt nachgeguckt, weil ich dachte, ich hätte sie wahrscheinlich verpasst. Also, ne? Wie soll ich da bitte rankommen? Und eine Bandage fehlt mir ja auch noch. Eine einzige, habe ich ja schon gesagt. Ich sage es aber nochmal, weil warum nicht? Wow. Wow. Oh. Alter, da unten kommt was hoch. Ja, jetzt habe ich zu sehr auf die Sägen da unten geguckt. Das war keine gute Idee von mir, wie es war häufig. Na, na, ba, 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 ba. Na, 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 na. Und das regt mich ja schon wieder übel auf. Wie soll ich denn hier am besten hochkommen? Ohne getroffen zu werden. Warum nehme ich eigentlich nicht für Kitt? Deswegen. Nein, warum nehme ich eigentlich nicht für Kitt? Deswegen. Ach, komm. Alter. Wow. Das ist echt übel. Ich hoffe, ich brauche hier nicht wieder so lange den letzten Part. Alter. Abnormal. Diese Welt ist einfach nur noch abnormal. Scheiße, ey. Ich sehe ein Bandage. Da links unten war eins. Aber ich habe auch eine Idee. Ich kann mich doch einfach, bis die Sägen kommen, ganz unten hinstellen, soweit ich den Schlüssel habe, oder? Ja, ich muss nur einmal runterkommen halt. Wie habe ich das denn gemacht? Das sah auch eben gerade gar nicht mal... Ja, gar nicht mal so gut aus. Goddammit. Ja. Hm. Ich habe... Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das ist sehr intelligent. Ich habe es. Yay. Oh. Hier könnte ich vielleicht sogar, wenn ich es denn irgendwann mal schaffe, sogar Bandage und Ablust in einem Mal holen. Weil man muss sowieso warten, bis das ganz rum einmal aufgemacht wurde. Ansonsten. Ja, das habe ich ja nicht mit Ablust wahrscheinlich schon vergessen, weil ich das Schlüssel... Das Schlüssel, ja genau. Weil ich den Schlüssel noch nicht... Ja. Verdammt, ey. Alter, alter. So übertrieben, wie viel hier los ist. Wie habe ich das denn am Anfang gemacht? Das hat doch so gut geklappt. So. Irgendwie. Au. Ja, genau so. Irgendwie. Das funktioniert. Da habe ich auch das Bandage. Verdammt. Ich denke, ich gehe einfach unter die Sägen, wenn ich das Bandage habe, durch und warte, bis die oben drüber sind. Das geht doch bestimmt. Goddammit. Oh. Dafür muss ich halt nur nochmal nach da unten kommen, ne? Gott. Ey. Hm, hm, hm. Das ist ja mal wieder so super doof. Wow. Ach, scheiße, ey. Alter Scheiße, ey. Boah, was anderes kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, außer, dass es einfach nur noch krank ist. Wer denkt sich sowas aus? Hier bin ich ja komplett sicher. Naja, fast. Hä, was hat mich da getroffen, bitte? Oh. Das würde ich aber gerne mal wissen, weil unten ist doch nix. Ach. Wieso klappt das jetzt nicht mehr? Das ist doch voll scheiße. Was hat denn diese Scheiße? Alter. Bam, 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 bam. Boah, jetzt singe ich da schon wieder mit mit der Melodie. Das könnt ihr doch bestimmt nicht mehr hören. Aber was anderes kann ich halt nicht kommentieren. Wow, wow. Ach, ich weiß, was mich getroffen hat. Das Mist-Ding da unten. Äh, da unten? Da oben. So. Ab los habe ich wahrscheinlich jetzt schon versaut. Aber es ist mir jetzt mal egal. Ich versuche jetzt einfach, erst mal Spandage ins Ziel zu bringen. Was nicht funktioniert. Scheiße, doch die Wand dann. Ach, wisst ihr, wer das... Oh. Das ging gut. Wisst ihr, wer das Hochkommen da wahrscheinlich viel einfacher machen würde? Fly-Wunsch. Äh, ja, Fly-Wunsch. Weil der kann sich ja so an Wänden ran-tackern, sag ich mal. Und der kam dann da wahrscheinlich ohne Probleme durch. So. Oh, yeah. Immerhin das Bandage. Darüber muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen. Und jetzt nur noch Abfluss. Nur noch. Nur noch ist gut. Aber das hier war gut. Das mache ich weiterhin so. Ja, nicht so. Aber ihr wisst, wie ich meine. Hoff ich doch. Jetzt hat er keinen Doppelsprung gemacht. Warum denn auch? Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. So, irgendwie. Okay, da hat mich dies getroffen. Das war nicht so gut. Ansonsten muss ich ja hier einfach nur springen und immer warten. Weil, dann passt das eigentlich. Aber jetzt müsste mich gleich wieder einer... Ja, hier. Kommt nochmal einer. Oh, ist offen. Nein. Das hätte wahrscheinlich sogar noch mit Abfluss gereicht. Ich habe nämlich gemerkt, dass es 19... Waren noch 19 Sekunden, oder? Oder irre ich mich da jetzt mal wieder komplett? Das möchte ich nämlich auch nicht ausschließen. Da habe ich jetzt an die nicht gedacht. Okay, das war schlecht. Hier muss ich da links durch. Dass ich das rausgefunden habe, ist Gold wert. Dass das so geht. In einer guten Taktik geht das auch früher oder später gut. Man muss diese Taktik nur erst einmal haben, verdammt. So, gleich müsste wieder der von oben links kommen. Da. Oben ist. Okay. Okay. Goddammit. Ich meine, da schaffe ich jetzt das hier meistens. Vielleicht gehe ich mal auf die andere... Naja, das war eine gute Idee, genau dann zu springen. Ich wollte sagen, vielleicht gehe ich mal auf die andere Plattform da. Vielleicht wäre das ja voll die knorkel Idee von mir. Ich weiß ja nicht. Boah, ich dachte, er trifft mich. Aber dann hat er mich nicht getroffen und dann trifft mich der andere, weil ich nicht gesprungen bin, weil ich dachte, ich wäre eh schon getroffen worden. Und das war sehr schlecht. Ich muss den Schlüssel sofort erwischen. Und dann nicht in dem... Moment, ich probiere es jetzt wirklich aus mit Flybrunch. Wo ist er denn da? Okay, lass es. Lass es. Mit Sekretär habe ich wenigstens nur funktionierende Taktik. Also teilweise funktionierend. Gott, habe ich vergessen. Nein, 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 das kann nicht wahr sein. Nein, 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 nein. Man kann hier nicht so... Das ist hier so viel los auf dem Bildschirm, das ist unfassbarlich Dankeschön, nächstes Level 19, das war in der Lite-Version gar nicht... Oh, gar nicht schlimm Und ich nehme wieder mal Meat Boy, weil das könnte wirklich mit dem möglich sein Ja, so zumindest mal nicht So auch nicht, Moment Alter Ich dachte, das wäre leichter Oder ich stelle mich wieder nur einfach scheiße an, das kann natürlich auch sein Das will ich dich niemals ausschließen Nimm den Kit Nimm einfach den Kit, solange er noch möglich ist für die letzten zwei Level Kann man ihn auch noch mal genießen So Hier müsst ihr bestimmt unten aufmachen Macht mal Das kann doch nicht wahr sein So, danke Oh Alter Wow Okay, die Stelle könnte echt mies sein Vielleicht Bitter Und ich dachte, das Level würde schnell gehen Na, oh verdammt Er schießt Er schießt Ich dachte, er schießt früher Wieso schießt ich denn schon wieder da? Goddammit Boah ey Ey, das ist jetzt Das ist ja wirklich langsamer wärmlich Das Jägelding ist ja schlimmer als die Explosionsdinge Das ist eigentlich gar kein Sinn Der hätte mich auch wirklich durchlassen können Finde ich Also ich finde das voll cool So, schießt Oh, ist schon Affen Dankeschön Das habt ihr gut gemacht Äh, schießt nicht nochmal Scheiße Äh Kann doch nicht wahr sein Da bin ich hängengeblieben Weil ich hängengeblieben bin Ich bin irgendwie hängengeblieben So Naja Okay So So Goddammit Das war schlecht Das war's auch schlechter Pfff, kann doch nicht wahr sein hier Ey, die Stelle ist wirklich nicht schwer eigentlich Ja, eigentlich doch Aber sie Die Sägen hier gehen ja auch nur genau gerade, ne Die verfolgen mich gar nicht Warum habe ich mehr Probleme bei denen Als bei den Explosions-Bumm-Bumm-Bumm-Machern Verstehe ich nicht Das hier, diese Stelle ist eigentlich ziemlich simpel Die ist wieder mies Siehste? Oder ich bin doof Man sollte niemals seine eigene Doofheit Bei Failen ausschließen Und durch Und schießen Und nochmal schießen, weil es schlecht war Danke Da bin ich eine Sekunde zu früh gesprungen Ich habe eigentlich, naja Ne Wow Hat irgendwie geklappt Schießt Danke So So Mist Und dass da rechts So soll ich denn da durchkommen Da waren ja nur Sägen Wahrscheinlich kommen da wieder irgendwelche Plattformen Wenn ich irgendeinen Knopf aktiviere Aktiviere oder sonst war es Wow Das war gar nicht knapp Gott sei Dank Verdammt Ey, nur nicht auf den Tisch schauen Dafür ist es noch nicht lang genug Goddammit Ein rechter Hand schläft ja schon ein Weil ich die ganze Zeit nur mit einem Daumen drücke Und der Rest sich nicht bewegt Ah Schießt Danke Gottdammit Gottdammit Pfff So Hast du dich Aber ich wollte mich eigentlich nur umbringen Gottdammit Pff 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 Oh So funktioniert es auch Wenn man ganz oft A spammt Äh, warum A Keine Ahnung Weil A ist für mich die Schwungtaste schlechthin Ich weiß nicht warum ich A gesagt habe Ja, das war schlecht So, so, so Hm Wie habe ich das denn gemacht? Wenn ich das doch wüsste, ne? Okay, so viel geht Das ist klar Und dann So Irgendwie Ich komme da ja schon oft durch Das reicht mir Äh Boah So, jetzt weiß ich das auch Hm Alter Hm Hmm Babababababababam Also Diese Stelle hier ist doof Die zweite ist gut Die dritte ist scheiße Also da mit den Explosiven Dingern Habe ich eigentlich mittlerweile auch Ne Taktik Wie ich das eigentlich Die ganze Zeit hinkriege Das kann nicht wahr sein Babam Das kann nicht wahr sein Irgendwie Sobo Ich versuche da schon im Takt zu bleiben Aber irgendwie funktioniert das Ja siehste Irgendwie funktioniert das Nur voll doof Das Timing daraus zu kriegen Ist echt nicht mal so leicht Also jetzt los Und nicht zu hoch springen Und durch rennen Hat die letzte mal geklappt Jetzt mal wieder nicht Weil warum nicht Warum sollte es das auch Da bin ich wieder etwas zu früh gesprungen Wieder zu früh Das kann nicht wahr sein So Da bin ich zu hoch Das kann nicht wahr sein So Dann bin ich mal wieder hier durch Kann nicht wahr sein Jetzt macht das schon auf Danke Was soll denn das als Meatball gehen Frag ich mich gerade Das kann nicht wahr sein Da war das Ziel Aber das Level ist wirklich nicht so schlimm Ich brauche zwar auch ziemlich lange Weil ich mich doof anstelle Wie gesagt Aber so schlimm ist es nicht Ja komm lass mich durch Und bumm und flumm Dann hier durch Dann jetzt los Dann fuck Dann nicht rechtzeitig springen Sondern zu spät Weil Rechtzeitig ist langweilig Und da dachte ich bleibe hängen Und hab deswegen zu lang Nach rechts gedrückt Yay Und durch Und Mach bumm Bumm Ja nicht der Bumm Bumm von Mario Der scheiße Schlecht Sondern Bumm Bumm von Meatball Und der ist scheiße stark Schieß Schieß nochmal Danke Ach ich darf da ja auch nicht reinspringen Daran habe ich nicht gedacht Verdammt Und durch So das funktioniert Das auch Das auch Cool Okay warte ich lieber nochmal So Warum springt er denn In die falsche Richtung Weiter Obwohl er merkt Dass er dann stirbt Wie dumm er ist Unglaublich 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 Du kannst ja irgendwie Mal ein bisschen Abkürzen Äh nicht abkürzen Abbremsen Du Kid Du Du Kleine Göre So Schießen Schießen Ja Treffen Ja nicht mich So Warum hat das Da jetzt schon wenig Geklappt Ich verstehe es nicht Goddammit Das war schon wieder Total anders Aber es hat geklappt Dann bin ich danach gestorben Weil ich voll doof bin Goddammit Jetzt bin ich schon wieder Eine hundertste Sekunde zu früh Das war genau perfekt Und durch Oh Er Komm Danke Ich hätte nicht springen dürfen Ich hätte einfach nicht springen dürfen Ich habe gedacht Er schießt schneller Aber er schießt ja so lahmarschig Wie der hier Moment Das kriege ich hin Und durch Ich sage Jedes Mal an der Stelle Und durch Warum eigentlich Und warum hat der es mich Jetzt schon wieder getroffen Das kann nicht wahr sein So Bitte Danke Ist das wieder gut? So Schieß Wie lange brauchst du? Ziemlich lange Schreibe mich vielleicht so durch Ja Und ich bekomme Well done Schon wieder das Achievement Zu früh gekriegt Für zu schnell Alle Level schaffen Hm Ein Level kommt doch noch Vielleicht kann ich es nicht mehr verkacken Egal wie lange ich brauche Oh wow Da habe ich gar nicht was gefunden Ich wollte eigentlich Den Part benden Oh Warp Zone Ja die können die noch freischalten Ich habe genau gesehen Was da passiert Ich muss da drauf drücken Dann muss ich schnell durch Ach du scheiße Ich sehe ja jetzt Erst das hier unten abgeht Dann muss ich schnell hier unten durchkommen Und dann kann ich In die Warp Zone Das will ich zumindest schon mal schaffen Aber das ist ja Gestört Gestört Okay vielleicht sollte ich es mit Meatball machen Ich probiere es mal Ich weiß nicht Oder Ich beende den Part einfach Und das machen wir dann nächstes Mal Danke für's Zusehen Bis dann Und tschüss